Bei San Andreas war das. Wart ihr in dem Sexshop in Las Venturas? Du fragst mich Sachen, ich weiß es nicht mehr, was war da? Ich habe leider die Bilder nicht mehr. Aber da gibt es Riesenvibratoren in Größe und Form einer Motorsäge. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe mich bepisst vor Lachen, ich habe damals Bilder davon gemacht. Ich weiß nur noch, dass es bei WiseCity, der Metzgerladen neben dem Leichenschauhaus war und es lag ein Arm in dem Metzgerladen drin. Echt? Ja. Weg da, ihr habt keine Chance gegen mich. So, ich bin jetzt gegen alles gewappelt. Jetzt kann ich Furze wie los gewappelt. Jetzt kommt ihr Furze wie... Ja. 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 Perfekter Terrorfahrzeug. Niemand würde einen Traktor von Mälchen berechtigen. Oh Gott. Ich habe einen Polizisten gesehen, der einen Traktor anhält. Jungs, ihr wisst, welche Mission jetzt kommt. Die Motorräder. Die letzte. Oh, ich schaffe sie. Die zweite letzte ist das auch. Die vorletzte. Die Motorräder sind so ältsin. Ach, die Motorräder sind... Ach nein. Machen wir die letzte Mal Sniper und ihn auf die Distanz gehen. Ja, ich glaube auch. Süß. Ey. Los, Einladung, Ölskolli. Hallo. Ja. Ja, ich. Ihr versucht mich gerade in den Weg zu schuppen. Ich hatte 2.000 für gute Führung bekommen und das, um richtig zu versuchten zu versuchten. So. Entschuldigung. Bisschen chaotisch, die Kloppe, die Runde. Nein, um Gottes Willen. Ein kleines bisschen. Niemals. Ach, Quatsch. Niemals. Schaut mal die Alarmanlage da draußen aus. Nein. Wie, 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 wie. Brut, 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 brut. Genau. Mensch, dann die dort wieder so assihafte Klamotten an. Ja. Es ist so eklig. Es war ekelhaft. Es war ekelhaft. Ich tu nur meinen Job. Dein Erdbeerkäse im Kühlschrank. Ja. Echt jetzt? Ja, Nadine. Nadine, was los? Eher im Kopf als im Kühlschrank. Euer Levin, für deine Grillparty am Sonntag brauchen wir noch Erdbeerkäse. Oh Gott. Micha, du hast doch. Ja, natürlich. Bring mit, mich. Hast du schon mal aufgemacht? Nein, ohne Witz. Du lehnt das schon? Ich weiß es nicht. Ich hab Angst. Die Erdbeer da drin sind wahrscheinlich nicht mehr ganz frisch. Ich hab Angst, den Kühlschrank zu gehen und zu gucken, was da drin ist. Oh Gott. Echt? Alle im Smoking? Nein. Ich will nicht. Wenn es eigentlich nur aus Papiertüten gibt, aber... Warte, ich will auch in Smoking. Smoking Gang. Man in black. Und alle gehen als Zombie. Ja. Genau. Einfach als Zombie gehen. Hallo. Dani, genau. Ja, ich wollte gerade noch ein bisschen nach oben gucken. Machst du mal abgelenkt von unseren Bratzen, ne? Nein, ich gucke einen, die ihr noch nicht habt. Grüne Mumie habe ich. Die kommt cool. Micha, solltest du dich meine Maske aussuchen? Ja, der war alles schlecht. Der war auch gut. Ja, das muss ich sagen, ja? Immerhin muss ich dich zu Halloween nicht verkleiden. Ja, sagst du? Ja, bisher war ich wieder so weit. Genau. Wir sehen aber richtig cool aus mit Business-Klamotten und so Zeug, gell? Ohne Scheiße, ich glaube, wir sollten uns wirklich mal alle in Business-Klamotten stopfen. Bei Business, dich nur mit Hacken, dann die Brille und dann hätte er da oben. Ja, ist doch cool, ich steig' ja ein. Hey, Puppe. Ich habe ja natürlich passend zum... Ne, ist das die schon oder die nicht? Ich weiß es gerade nicht. Aber ich habe jetzt gerade nicht gesehen, ihr trefft ja Biker oder welche sind wir jetzt gerade? Ja, Biker. Okay. Biker. Ja, aber ich hätte das passende Motorrad schon gehabt. Ich habe die ja gekauft. Ja, das macht nichts, weil wir trotzdem holen müssen. Ich weiß, ich habe sie ja schon gekauft. Scheiße, die kostet 57.000. Du musst nicht wirklich auf andere Autos 8, weil... Richtig, du trinkst halt alles weg. Wer trinkt was weg? Ich trink euch ein, alle ist weg. Trinkt voll ein und trinkt es dann weg. Trinkt voll ein? Aber eigentlich... Trinkt ein und trinkt es weg. Und dann... Danni, kannst du... Danni, kannst du nicht mit dem Jeep eigentlich schon rein? Mit dem Surgeon nicht... Danni, kannst du nicht schon mit dem Surgeon mal da reinfahren und da schon mal anfangen? Ja. Warte, ich nehme das Häuschen irgendwie mit. Äh... Nee, geht gar nichts. Es poppt zurück. Äh... Ja, ja, es ploppt zurück. Geil. Äh... Äh... Geht so? Zwei Mike. Äh... Äh... Habt ihr irgendwelche Probleme bei euch? Leben in der Hunger, glaube ich. Äh... Warte rüber. Oh, hoppala. Ah... Hallo, Nachbarn. Zombie-Alarm. Äh... Äh... Ich bin im Ampia. Oh Gott. Brrrr. Wir sind moderne Zombies. Wir jagen unsere Beute vorher. Abtack. Wir schießen... Wir sind so Jäger und wir schießen auch. Jäger und Zombies. Ich bin auf dem Geländer und laufe hinten rum. Okay. Äh... 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 Falls ihr Dings braucht, hier in der Garage sind zwei Stück. Ja. Kugelwesten. Habt ihr schon ein angeschlagenes Leben? Aber... Ach, guck mal. Ah, verdammt. Da kommt auch noch einer. Ich hau schon mal ab mit dem ersten Bike. Kommt neben der, ja? Da kommt. Da lebt noch einer. Ja, da hinten war noch einer. Ich glaub, der ist auch da an. Ähm... Fahrt bitte bis am Ende der Straße durch und nehmt danach den Weg aus. Und das ist einfacher als oben umzufallen, weil da oben Straßesperren sind. Oh, wir haben das Motorrad umgeschmissen. Verdammt. Das lag vorhin schon. Heilige! Scheiße, ich werde übrigens beschossen schon. Wir auch, aber es geht. Wehe, der Querspiel ist so ein scheiß Motorradfahrer voll rein. Drop the bikes in the alley and we're nearly ago. Weißt du, ich fände meinen Fahrstil gerade eigentlich ganz cool? Scheiße! 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 Ich bin da. Ich auch gleich. Hm. Scheiße, ich hab mich verfahren. Wir sind jetzt schon wieder verfahren. Mein Gott. Wieso verfährst du dich, wenn's ne Markierung gibt? Danach gab's die auf einmal nicht mehr. Ach so, ja. Sie verschwingen. Hm? Ja, jetzt gibt's nur noch den gelben Punkt, äh, auf der Karte. Aber es passt schon. Ich bin da. Nächster. Du. Au. Vorsicht! Unauffällig, oder Schrote. Hallo. Alles gut. Super. Und wir haben die Mission beim ersten Mal geschafft. Wie lange haben wir letztes Mal gebraucht? Ach. Ich weiß nicht mehr. Ordentlich war's, ja. Aber gut, jetzt wissen wir mal, wie's geht. Es werden immer so Kleinigkeiten. Da fährt mein Motorradfahrer frontal in mich rein. Hm. Ich war hinter dir. Oder ein Auto. Ich hab's gesehen. Ich hab mich erst jetzt verschwinden. Ich hab mich erst jetzt verschwinden. David, hast du denn noch ein bisschen Zeit? Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Und es gibt noch eine gute Idee.